den lösungsansatz den ich für dieses problem sehen würde mit woher sollte irgendeine person egal auf welcher stufe einschätzen können was diese person quasi ob sie rein passt liegt für mich massiv an dem an dem verständnis des teamgefüges und der unternehmenskultur und das meine ich in dem kontext dass ich das beispiel was zum beispiel auch in dem artikel drin ist ist ein super simples beispiel wieso die eine person nicht genommen wurde ich kann da gerne noch mal nachlesen aber nur nur um das zu veranstalten da ging es ganz einfach darum dass in einer in einem lager oder in einer werkstatt hat die person nach der arbeit die werkzeuge nicht schön sorgfältig zurückgelegt in die werkzeugkiste sozusagen sondern hat sie einfach nur irgendwie hingelegt und dann ist geschmissen war glaube ich der punkt ja aber die idee war quasi dass die das unternehmen oder halt die führungskraft oder das team wie auch immer hat halt allein auf aufgrund dieser einen aktion sagen können na das wird nicht passen und ich glaube da ich glaube der markieren tut das dann relativ gut auch im absatz dann nach ihm wie ein bisschen ab soft irgendwie weicher machen dass es nicht so hart ist das ja gute die werkzeuge nicht schön zurückgelegt wie wie kann das sein aber der sinn ist ja so das ist ja eine zweistufe geschichte einerseits bedeutet dass das team sehr genau weiß was für arbeitsprozesse für sie wichtig sind und auf der anderen seite ist es ja eben genau der sinn davon dass wenn die person diese kleinigkeit die für unser team relativ wichtig ist schon nicht schafft dann wieso also wie was was ist das argument dafür dass wir es weiter versuchen weil weil soll die person dann alle anderen sachen so über kompensieren dass wir dann das kleine vergessen also da geht es ja quasi darum dass das ja längerfristig führt das nur zu negativen sachen wenn man diese ersten kleinigkeiten schon ignoriert sozusagen und deswegen geht es ja auch um dieses high slow fire fast weil es ja um eine nachhaltige nachhaltiges teamgefüge geht und nicht nur um ja die die probezeit die die war toll und er hat so so schnell gearbeitet und der rest ist egal also das ist ja eine nuancierte team entwicklung